Die Taummassage, original nach Russell Corp, die werde ich in ihrer Originalform ausführen. Das sind 50 aufeinander folgende Griffe, die deine Energie, die sexuelle Energie mit dem Herz verbunden wird. Es bringt deine Meridiane zum Fliessen und deine männliche und weibliche Seite im Einklang. Aus dieser Massage wirst du ganz viel Energie tanken können und in deiner Mitte zurückkommen und ruhen. In ihrer Originalform sind zwei Griffe jeweils am Intimteil, bei der Ioni und beim Lingam, Penis, Vagina, außen bei der Vagina. Wenn man da auch möchte, kann man weitergehen in eine Intimmassage. Das können wir dann vor Ort besprechen, wie weit du gehen möchtest.